Was wir heute an den Aktienmärkten erleben, das hat so ein bisschen den Charakter einer Junk Rallye und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Sie kennen den Begriff Junk Food, etwa wenn man zu amerikanischen Kettenessen geht, die wir alle kennen, schmeckt scheinbar erstmal ganz gut, aber dann hinterher merkt man, naja, ist ziemlich viel Plastik, relativ wenig Qualität, relativ wenig Substanz und so ist es mit dieser Junk Rallye heute auch. Die hatte mehrere Gründe, wir haben zunächst mal ja dieses politische Aufatmen, so ein bisschen Brexit, da haben sich die EU und May relativ schnell geeinigt, dann haben wir moderatere Töne, deutlich moderatere Töne aus Rom, da überlegt man das Defizitziel ein bisschen zu senken, das hat italienische Aktien nach oben gebracht, die Renditen für italienische Staatsanleihen nach unten gebracht, dann steigt der Ölpreis, der steigt auch, weil die Aktienmärkte steigen, das ist gut für die Aktienmärkte. Wenn der Ölpreis steigt, werde ich gleich mal in einer Grafik zeigen oder machen wir doch gleich mal jetzt, damit das mal klar wird vielleicht, denn wir haben hier einen relativ klaren Zusammenhang erstmal zwischen Inflationserwartungen, hier sehen wir den Ölpreis und hier die 10-Year und 5-Year Break-Even Inflation Rate, das heißt die Inflationserwartungen sind sehr stark an den Ölpreis gekoppelt und am Ölpreis, da hängen auch viele Jobs, denn wenn der Ölpreis tief ist, dann wird weniger investiert, dann werden weniger Jobs geschaffen etc. Und wir sehen hier doch einen ziemlichen Zusammenhang zwischen dem Ölpreis, blau hier und etwa Konjunktur, zentralen Konjunkturaspekten wie Zinssatz, Verbraucherpreise und BIP hier in den USA, das ist hier die orangene Grafik. Und wir sehen, wenn hier ein Trendbruch passiert beim Ölpreis, dann hat das früher oder später eben auch Auswirkungen sozusagen auf die Realwirtschaft, also da dürfte einiges kommen. In jedem Fall ist das ein Punkt, der die Aktienmärkte auch freut, dann haben wir einen anständigen, sagen wir mal so, Black Friday gehabt, vor allem im Online-Bereich, der Retail-Bereich, also der stationäre Bereich, der war nicht so richtig toll, aber sei es drum, es ist eine Steigerung von gute 20% zum Vorjahresmonat, das fand man auch toll. Und naja, man war vor allem, und das ist der vielleicht entscheidende Grund, man war vor allem überverkauft, kann ich hier auch nochmal zeigen, ich hatte heute Morgen schon diese Grafik von Offentrader gezeigt, wo wir sehen, dass der Nasdaq so überverkauft ist im übergeordneten Bild, nämlich im Monatschart, wie seit dem Jahr 2001 nicht mehr überverkauft als im Jahr 2009. Und wir haben auf der anderen Seite eben dann den Fear and Greed Index, diesen von CNN herausgegebenen Index, der zeigt, wie stark die Furcht oder die Gier im Markt ist und da haben wir einfach eine Bodenbildung jetzt wohl, die sich hier abzeichnet, dementsprechend ist diese Rallye jetzt nicht direkt aus dem Nichts gekommen, aber wie gesagt, sie ist ohne Volumen, das sehen wir zum Beispiel bei den US-Futures, die von Tick zu Tick teilweise ganz schnell springen, da geht es ganz schnell, aber nur deshalb, weil da praktisch kein Volumen drauf ist, weil da nichts gefüllt ist, werden muss, weil da keine Orders wirklich gefüllt werden und dementsprechend ist das schon ziemlicher Junk, den wir da erleben. Schauen wir uns diesen Junk in den Charts mal an und starten mit dem deutschen Leitindex. 11.360 fing gut an, gleich mit dem Gap nach oben, japanische Aktienmärkte stark, da hat man so ein bisschen die Schwäche vom Black Friday vom letzten Freitag beiseite gewischt, der eher das schlechteste war an der Wurst, die seit dem Jahr 2010. Jedenfalls sind wir dann auch raus, hier über diesen Widerstand, 11.345 sind knapp bis 11.400 gelaufen, nächster Widerstand jetzt in der Zone 11.445 um und bei und dann haben wir die Abwärtstrendlinie, die würde da ziemlich genau da verlaufen, eben bei 11.445. Da muss der DAX hin, da muss er drüber und dann würde mehr drin sein. Schauen wir uns mal eine Aktie an, die das Ganze mittreibt. Heute eine Deutsche Bank, apropos Junk. Da sehen wir, dass die Deutsche über 4% zugewinnen kann. Das ist so ein bisschen das Muster, was wir auch an der Wall Street sehen. Finanzwerte gewinnen. Warum gewinnen Finanzwerte? Weil der Ölpreis steigt. Wenn der Ölpreis steigt, dann steigen die Inflationserwartungen wieder. Das wiederum ist gut für die Banken. Wir sehen deswegen an der Wall Street etwa JP Morgan, Goldman Sachs. Unter den besten Aktien hier beim DAX ist es die Deutsche Bank. Wir haben apropos Junk dann auch den MIP-Quaranta, den italienischen Leitindex, der heute deutlich zugewinnen kann. Italienischer Bankenindex über 5% im Plus heute stärkster Zugewinn seit Juni, weil eben Salvini, Di Maio, wie sie alle heißen, ihre Töne deutlich gemäßigt haben. Wir haben gesagt, ja, wir gucken mal, ob wir das Defizitziel in 2019 doch senken können. Die EU ist happy darüber und sagt ja ganz toll, liebe Italiener, das freut uns gar sehr. Wir sehen dann beim S&P 500, dass wir ziemlich genau in diesen Widerstandsbereich gelaufen sind. Wir sind hier bei 2670 Punkten. Da kommen wir erstmal nicht drüber. Wenn wir drüber kommen, dann wäre dann wieder Luft sozusagen bis in den Bereich 2748, 2750 als nächste ganz, ganz große Widerstandszone. Schauen wir uns Sittau Jones an. Ganz ähnliches Muster hier auch im Widerstandsbereich jetzt. Da haben wir nochmal ein bisschen was vor der Brust, dann ein paar Pünktchen höher, aber dann die zentrale Widerstandsmarke, dann etwa im Bereich 25.100 Punkte. Der Nasdaq, der ist über diesen Widerstand schon heraus, über den nächstliegenden Widerstand ist allerdings auch noch stärker verprügelt worden in letzter Zeit. Amazon etc. werden wir gleich sehen als Kurstreiber. Wir sehen den Euro-Dollar, der jetzt ein bisschen zurückkommt und der hier so eine Trompetenformation bildet. Das deutet darauf hin, dass wir hier bald einen Ausbruch sehen, einen impulsiven Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Und das ist auch noch ein Rallye-Grund heute, dass die Märkte sich sagen, guckst du, der Jerome Powell, der wird natürlich sehen, dass die Ölpreise gefallen sind. Dementsprechend wird er vielleicht ein bisschen dorfischer agieren, wird den Märkten so ein bisschen die Angst nehmen vor zu starken Zinsanhebungen. Denn, naja, ob dieses Argument valide ist, ich zweifle daran, aber jedenfalls wird es gespielt. Wir sehen Dollar-Johann 6,93 wenig verändert, sehen, dass der Goldpreis ein bisschen nach unten kommt. 1.223 Silber bei 14,28 Dollar und dann Öl eben. Einer der Treiber jetzt knapp über der 52er Mark und das, obwohl Saudi-Arabien richtig Öl gepumpt hat, über 11 Millionen Barrel wohl nach neuesten Daten. Die Amerikaner geben richtig Gas in der Shale-Produktion, also sehr, sehr viel Angebot auf dem Markt, stört den Ölpreis nicht, der jetzt gerade wieder unter die 52er Marke fällt. Und wenn wir uns mal den Vergleich zwischen Öl, schwarzer Chart und S&P 500, orangener Chart ansehen, dann sehen wir auch hier einen Zusammenhang. Langsteigender Ölpreis tendenziell gut für den S&P 500, also für die US-Aktienmärkte, fallender Ölpreis tendenziell schlecht. Für den Aktienmarkt, das gilt auch und vor allem für Junk-Bonds, denn circa jedes siebte Unternehmen, das zu den Junk-Bonds oder das Anleihen imitiert hat, die Junk-Bonds sind also minderbonitäre Bonds, um es mal so zu sagen, stammt aus dem Ölsektor. So, dementsprechend ist das immer ein wichtiger Parameter hier. Wir haben heute zum Beispiel aktienseitig eine Apple, die nicht richtig aus dem Quark kommt. Ja, sie steigt, aber sie steigt eben nicht so stark wie etwa eine Amazon, die viel deutlicher zulegen kann, etwa 3%. Na klar, man profitiert, so ist die Überlegung des Marktes, besonders stark von den starken Online-Umsätzen. Heute ja Cyber Monday, da werden über 7 Milliarden Dollar umgesetzt, so die Erwartungen. Wir haben auch noch eine Tech-Aktie im weitesten Sinne, das ist Tesla. Tesla kann auch zulegen und das, obwohl Elon Musk in einem Axios-Interview am Sonntag gesagt hat, dass Tesla kurz vor der Pleite stand, weil man wahnsinnig viel Geld verbrannt hat, um die Model 3-Produktion nach oben zu bringen, würde mich ja beruhigen als Investor oder als Aktieninhaber, wenn mir der Chef eines Unternehmens, das fast 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung hat, sagt, wir standen kurz vor der Pleite, dann würde ich mir Gedanken machen, ob vielleicht mein Investment doch vielleicht irgendwie gefährlich ist oder gefährdet ist, aber nein, man kauft heute auch eine Tesla nach oben, apropos Junk und wir haben abschließend, ja, das war eigentlich schon das, was ich heute zeigen wollte, jedenfalls relativ viel Junk, das heißt nicht, dass dieser Junk noch weiter steigen kann, aber es ist doch eine sehr, sehr dünne Grundlage, auf der wir uns befinden. Wir waren stark, stark überverkauft, das hat sich jetzt sozusagen ein bisschen nach oben aufgelöst, aber keiner ist dabei, wir brauchen mehr Schmackes, wir brauchen mehr Volumen, wir brauchen Entwarnung von der Fed am Mittwoch, wir brauchen in irgendeiner Form dann einen, naja, sagen wir mal Waffenstillstand zwischen den USA und China und es wäre schon ein Riesenerfolg für die Märkte, ein Rallyegrund, wenn dann die Zölle, die ja am 1. Januar 25% steigen sollen, für die über 250 Milliarden Dollar an chinesischen Waren, die in die USA importiert werden. Wenn das nicht kommen würde, dass es wirklich einen Deal gibt, das ist mehr oder weniger ausgeschlossen, das wäre eine absolute Sensation, aber wenn es solche Zeichen gäbe, dass Trump sagt, wir werden am 1. Januar erstmal die Zölle nicht auf 25% anheben, dann wäre das ein Rallyegrund. Also, es gibt schon Hoffnung für die Bullen. Jerome Paul, die erste, vielleicht die schlechteste Variante oder die schlechteste Option, etwas mehr Hoffnung vielleicht, dass dann im Handelskrieg so ein bisschen, zumindest verbal, abgerüstet wird. Wir haben auf der anderen Seite Aufrüstung in Sachen Ukraine, Russland, das könnte noch ein richtiges Thema werden, wird für den Märkten aber derzeit ignoriert, vielleicht auch ein Grund des Ölpreisanstieges heute. Dementsprechend ist nicht alles verloren für die Bullen, man hat jetzt einen Doppelboden, man hat die Voraussetzungen jetzt noch weiter zu steigen, aber man braucht mehr Schmackes, man braucht mehr Volumen, sonst bleibt das ein Junk, sonst bleibt das ein McDonalds-Erlebnis sozusagen, kulinarisch kurzfristig ganz nett, aber ernährungstechnisch mittelfristig ziemlich, naja, mau kann man sagen. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend, bis dann, ciao.